stirb 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 und sackgasse und hier oben ist clay immer wieder ein bisschen kohle wird hier ja 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 und was habt ihr für hobbys das nicht viel das nicht viel habt ihr nichts besseres zu tun naja ich bin ja für jeden dankbar hier zuguckt und vielleicht ein bisschen drüber lachen kann und wenn ihr weinen müsst dann tut es mir ein bisschen leid aber so schlimm ist das ja eigentlich gar nicht immerhin gibt es ja noch ein bisschen nette musik zu hören so hoffentlich werden wir jetzt hier nicht überrascht irgendwo ich mache hier dann mal zu weil da müssen wir ja nicht noch einmal hin ist das schon wieder das wilhelm lied hier wilhelm ist ein schöner name wilhelm will ich heißen haben wir das gegraben das haben wir mal gegraben was ist denn hier los ach so hier sind wir ja okay stimmt das war die geschichte wo wir dachten hier ist irgendwo eine spinne on the go und da war dann wirklich eine spinne da ein creeper diverse zombies ist gar kein creeper dabei doch hallo jo was ist denn hier los ghetto action ja macht auch nicht so ein brim bram morium irgendwie gehe ich die ganze zeit hoch schock schwere not ey wieso gehe ich dann plötzlich einfach so unkontrolliert herum was die Pass mal up. OMG, Laser Gun. Laser Gun. Laser Gun. Laser Gun. Stört doch. Tod. Und verderben. Zwei Creeper-Männer. Eine Million Milliarde Pfeile hier. Jungs, was habt ihr denn für viele Leben hier? Was ist hier los? Machen wir es mal hier dicht. Genug rumgespattelt. Ist ja kein Spaßbad hier. Hat er mir auf mich geschossen? Alter. Keine Chance. Zwei sind es. Nicht hoch genug gezielt. Schöne Sache. Schöne Sache. Jetzt müssen wir hier gerade nochmal ein bisschen Experience holen. Huch Gott. Was ist mal hier? Ich mach das immer so. Ich hab ein bisschen Bammel, dass uns da gleich was um den Kopf springt. Muss ich Bammel haben? Muss ich Bammel haben? Ich muss kein Bammel haben. Oh, ich werde gerade angerufen. Wer ist das denn? Die Nummer kenne ich nicht. Da gehe ich nicht ran. Ich werde angerufen. Angerufen. So. Wie kommen wir da jetzt runter? Und das einigermaßen sicher. Jeder Sprung könnte unser letzter sein. Alter, was war da denn los hier? Millionen, Milliarden Experience Punkte. EP-Punkte ist genauso ein geiles Wort wie HIV-Virus oder... Was gab's noch? LAN-Network. Oder FPS per Second. Oh, sehr gut auch. FPS per Second. Wo geht es denn hier hin? Und warum waren wir hier schon? Ich bin gerade überfragt. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Aber auch nur bis hier vorne. Dann würde ich sagen... Machen wir erstmal weiter hin, weiter. Puh. Spannung. Spannung. Ich liebe Spannung. Gott. Du schießt auf mich. Hi. Au. Ich bin der awesome Dude. Daneben. Pam. Du hast keine Chance. Voll ins Auge. Knaller du. Das halte ich mir ganz frisch. Funky. Funky Time. Yeah. Funky Time. Wir sind so funky. Und hier hüpft einer kleiner Kugelbolzen rum. Funky, funk. Yeah, yeah. Aha. 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 Wo ist er? Ich höre dich. Klar und deutlich. Kleiner Mann. Wo sind wir denn? Zeigen sie sich. Ich tue dir auch nichts. Ich tue dir nichts. Er ist ganz in der Nähe. Moment, ich muss ihn orten. Hier. Und jetzt irgendwie rechts. Und ein Enderman ist auch da. Das finde ich ja jetzt gar nicht mal so gut. Oh, wie er sich freut. Das sind mehrere, glaube ich. Und ich fürchte, die sind über uns. So viel Eisen. Oder sind die unter uns? Plätsche, 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 plätsche. Oh, wie er sich ab... Ein abdingst, ey. Ich glaube, wir sind gleich da. Ja, ich komme ja. Halte durch. Da. Hallöchen. Oh, du dicker Kloß. Halt dich fest. Oh, da wird auch schon wieder auf uns geschossen. Das ist ja nicht so schön. Mach ich hier gerade mal dicht. Hehehe. Okay. Hallo. Hallo. Aber das Skelett gefällt mir nicht so gut. Hallo. Kleiner Mann. Kleiner Mann, kleiner Mann. Ach, komm, hinein ins Abenteuer. Nimm dies. Und oh, du bist ein großer Mann. Da wird auf sich geschossen. Nein, das kann ich nicht zulassen. Das ist nicht gut. Ich lasse mich hier durch. Auf zu schießen. Boah. Das war nicht so gut. Nein. Er wurde uns genommen. Stirb. Du auch. Ui, jetzt haben wir schon zwei von den Kollegen. Hallo. 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 Piu. Ui, und noch mehr von euch. Ja. Haha. Uh. Hey. 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 Kleine Freunde, Racker. Kommt. Eigentlich müssten wir damit mal mit euch als Tageslicht gehen hier. Wollt ihr mit nach draußen? Ich glaube, hier ist ein Slime-Chunk. Kann das sein? Juhu. Slime-Chunk. Slime-Chunk. Ja. Ja, das ist doch cool, ey. Kommt. Lasst uns nach draußen gehen. Ich habe große Pläne. Ach, ihr kommt alle gar nicht mit, ne? Ja gut. Dann tut es mir für euch leid. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Da hat es sich ausgeslimed. Und wir haben keine Fackeln mehr. Wir haben wieder Fackeln. Uah. Kollege. Der Creeperman ist ganz in der Nähe. Ich meine gar nicht den Creeper. Ich meine den Enderman. Oh, hier ist schon wieder so viel Kohle. Das brauchen wir noch nie und nimmer. Nie und nimmer nicht. Und ich glaube, hier links ist noch ein weiterer Geheim. Ja, ich war neulich in der Disco wieder mal und, ähm, als wir dann fertig waren, bin ich wieder rausgestolpert und in den Dönermann rein. Der mich mit offenen Armen empfangen hat, quasi. Und dann habe ich mir einen Döner geholt. Döner kostet hier, was habe ich bezahlt? 3,80 mit Käse. Also Schafskäse. Und schön scharf. Und das war ein Daumenschmaus, sage ich euch. Ui. Ihr wüsstet, wie gut hier die Dönermänner schmecken. Oder die Döner, die sie zubereiten. Ist hier noch was? Oder ist das hier alles Attrape? Alles Attrape. Okay. Wahrscheinlich ist hier sonst was für Diamantvorkommen gerade. Hilfe. 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 Dedeedeede. Fuckyfunkzeit. Fall da nicht runter. Idiot. Oh.